Hallo ihr Lieben, Waldis348 hier mit einer etwas ungewöhnlichen Weekly-Waldis-Folge. Ihr seht hier im Hintergrund nur von mir nachkommentiertes Hearthstone-Gameplay-Material. Eigentlich hatte ich mir für diese Woche etwas ganz anderes vorgenommen, aber meine Planung ist total, ja, für die Cuts gewesen. Ich lag jetzt die letzten fünf Tage eigentlich nur krank im Bett, war auch nicht auf Arbeit und hab mich von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschottet. Und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen improvisieren und werde dieses Video nur nutzen, um euch ein paar, ja, random Informationen noch zu geben und werde mich dann, ja, mit dem Plan, den ich für diese Woche hatte, werde ich mich dann nächste Woche wieder zurückmelden. Ich will das auf jeden Fall nicht nur so halbherzig und lieblos machen und ich sah mich jetzt in den letzten fünf Tagen einfach überhaupt nicht in der Lage, da wirklich an so einem größeren Video zu arbeiten in irgendeiner Form und deswegen hab ich das dann auch gelassen. Aber ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Zuallererst möchte ich nochmal erwähnen, dass mittlerweile ja ein nächstes Let's Play aus meiner achten Generation aufgedeckt wurde. Für die, die regelmäßig in den Uploadplan reinschauen, das ist sowieso nichts Neues, aber für alle anderen, die haben das vielleicht in der Zwischenzeit vergessen, aber ihr könnt schauen. Ein weiteres Video wurde, äh, ein weiteres Let's Play wurde aufgedeckt und am 5. Dezember werde ich dann auch das nächste Spiel aufdecken. Diese Informationen könnt ihr aber auch im Uploadplan dann noch sehen. Ja, mit dem nächsten Spiel denke ich, dass sich viele auch drauf freuen werden. Ich will da jetzt nicht spoilern, ihr könnt euch das ja anschauen. Ähm, ich finde, ja, die Spielereihe einfach cool, beziehungsweise das eine Spiel, was da bisher erschienen ist. Der Entwickler ist toll, das Genre ist toll und das kann nur großartig werden, nach dem, was ich bisher über das Spiel gehört habe, auch wenn die, ähm, Spielzeit ein bisschen gering ausfallen sollte. Dann noch eine Meldung, die ich von einem Abonnenten gekriegt habe. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass YouTube sein Abonnement gekündigt hat, und zwar von alleine. Er hat da nichts zu getan. Hat dann festgestellt, dass das Abonnement gekündigt wurde von mir. Ähm, also über meinen Kanal. Und er hat es dann halt wieder aktualisieren müssen. Also, passt da mal so ein bisschen auf. Ich hatte schon früher ja mal die Vermutung, dass YouTube irgendwie aus irgendwelchen Gründen manchmal Abonnenten aussiebt, wenn sie vielleicht längere Zeit nicht zugucken oder aus welchen Gründen auch immer. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich mir das früher schon nicht erklären konnte. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auch in meiner Abo-Liste Leute, die ich schon lange nicht mehr geguckt habe, und die habe ich trotzdem in meiner Abo-Liste. Also kann das eigentlich nicht der Grund sein. Das ist so ein bisschen undurchsichtig, und ich hoffe, dass es da irgendwann vielleicht mal nochmal eine Aufklärung gibt. Aber schaut genau hin und wieder mal hin, bin ich überhaupt noch in neuer Abo-Liste? Ähm, kriegt ihr vielleicht deswegen keine Updates mehr über neue Videos? Ähm, wo ihr vielleicht schon denkt, okay, der macht nichts mehr, aber tatsächlich, ja, ich mache eigentlich immer irgendwie was. Meistens zumindest. Und deswegen achtet mal drauf. Wir müssen dieses Thema mal jetzt in Zukunft verfolgen, weil das könnte erklären, warum es eigentlich ständig D-Abos gibt. Auch öfter mal so fünf Stück auf einmal oder so, wo ich ja immer noch glaube, dass da einfach nur inaktive Kanäle entfernt werden. Aber wir müssen das Thema einfach mal weiter verfolgen. Die nächste Information, die könnt ihr vielleicht eingefeischte Fans von euch sehr freuen. Im Dezember wird es auf jeden Fall eine Waldes vs. Spinatpizza-Folge geben. Es wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die letzte Folge der dritten Staffel sein. Danach wird es eine vierte Staffel geben, keine Sorge. Und es gibt auch schon ein Video aus dieser Staffel. Haben wir schon gedreht. Das wird dann allerdings erst im neuen Jahr kommen. Ich schätze mal so Anfang Januar ungefähr. Und bis dahin haben wir hoffentlich auch wieder neue Videos gemacht. Das waren so die wichtigen Informationen. Wie gesagt, guckt regelmäßig bitte in den Uploadplan. Dort seht ihr nicht nur die neu aufgedeckten Spiele der 8. Nets Play-Generation, sondern natürlich auch, was so demnächst ansteht. Diese Woche ist ein bisschen eine Besonderheit, weil ich mir ab Mittwoch freigegeben habe. Ich habe den Rest der Woche keine Videos auf dem Schirm für euch, außer Hearthstone. Und zwar aus folgendem Grunde, weil die neue Erweiterung Mean Streets of God Getsan angekündigt wurde für den 1. Dezember. Das heißt, morgen, beziehungsweise in Europa wahrscheinlich erst übermorgen, kann man die Packs öffnen. Ich werde das natürlich wieder für euch filmen, aufnehmen und das Ganze dann hochstellen. Und das wird noch in dieser Woche geschehen, damit ich das möglichst schnell auch für euch parat habe. Ansonsten kommt diese Woche dann nichts mehr. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mir in der nächsten Zeit, beziehungsweise jetzt regelmäßig immer mal wieder auch ein paar Tage einfach Auszeit gönnen möchte, um nicht einen Burnout zu erleben. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, dann mit dem Video, was ich eigentlich für diese Woche geplant hatte. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Und schaut mal bei den Hearthstone-Folgen und auch bei den anderen Projekten, gerade Far Cry Primal und Owlboy, vorbei, denn die brauchen unbedingt die Hilfe der Gildenmitglieder. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Er wagt, es nicht zu beschwören. Gut! Oh! 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 Das war's für heute. Das war's. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Die Wahrheit ist dir dringend. Ach, schreibt mich nicht so an. Ach, schreibt mich nicht so an. Ich diene den Feuerwürsten. Ach, schreibt mich nicht so an. Mein Schild für Argus. Hurra!